Ich begrüße Sie hier aus der Zentrale der Terminal Service Austria, ÖBB Infrastruktur AG in Wien. Mein Name ist Renate Glisic und als Geschäftsbereichsleiterin der TSA erfreut es mich besonders, dass wir die letzten Wochen und Monate sehr gut gemeinsam gegangen sind. Es freut mich, dass wir an unseren sieben Standorten in ganz Österreich, die neutral sind und Flexibilität gezeigt haben in den letzten Wochen, dass wir da sein durften für sie, ob das jetzt zusätzliche Flächen sind, ob das die ein oder andere Flexibilität in den Öffnungszeiten war, aber auch die ein oder andere Zusatzleistung, die wir für sie tun durften. All diese Dinge zeigen einer guten Partnerschaft und die insbesondere in den letzten Wochen und Monaten sehr wichtig war und auch natürlich zukünftig sein wird. Ja, was verbindet uns mit dem Port of Hamburg? Eine sehr lange Tradition, eine sehr lange Partnerschaft, nämlich über 40 Jahre. Ich habe ausgehoben, dass wir 1978 in Wollfurt den ersten Container auf die Schiene verladen haben und das war noch eine Zeit, wo wir fünf Container in der Woche hatten, wenn man das überlegt, dass wir im Moment um die 10.000 im Jahr allein von Wollfurt nach Hamburg zurückverladen, sieht man die Wichtigkeit der Schiene. Und das ist ein Thema, das immer prägender wird, nämlich, dass wir der Schiene auch wirklich den Wert geben, den es haben sollte, damit wir als Gesellschaft, damit wir als Österreich für die künftigen Anforderungen gewidmet sind und gewatmet sind. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, danke für die Partnerschaft, freue mich auf künftige Zusammenarbeit und bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Vielen Dank.